Freust du dich auf diese Tour? Auf jeden Fall. Absolut cool. Ich finde es absolut faszinierend, das Motorrad und die Marke. Wie hätte diese Tour bis jetzt gefallen? Also bis jetzt war sie super. Wir konnten gestern die Gurka-Grimse machen. Und es war frisch, aber das Schimmig ist genial. Das Wetter war genial. Es hat richtig Spass gemacht. Wie bist du bis jetzt zufrieden mit der Organisation durch das Wizzli Biker? Ich will nicht jammern. Ich bin sehr zufrieden. Alles tipptopp. Ich bin gespannt auf den heutigen Tag, wo es hingeht. Auf die Überraschungstour. Und am Abend werden wir wieder zusammensitzen und Spass gehabt haben und Spass gehabt. Wie ist dein Fazit bis heute? Super lässig. Ich hätte nicht gedacht, dass man elektronisch ist, sondern ein Fazit. Wie war bis jetzt die Partnerschaft für dich mit Swizzli Biker? Sehr unkompliziert, sehr erfrisch und anders wie in anderen Märkten. Und ich freue mich auch wieder. Eine letzte Frage noch. Wenn du würdest einen Tour Guide wählen, wirst du Swizzli Biker ein neues berücksichtigen? Schaubenwurk. Gut. Ich bin der Swizzli Biker, ich bin der Tour Guide und mit mir kannst du die Schweiz auf eine ganz besondere Art erleben. Schaubenwurk. 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 Ich bin der Typ ZD.